Gute Mr. Eintracht hier, wir blicken zurück auf das Spiel gegen Werder Bremen vor zwei Tagen. Ja, es kommt nicht am Tag danach, denn ihr wisst ja, gestern war nur die Auslosung, die ich dazwischen gedrückt habe. Und dementsprechend kommen heute auch wieder zwei Videos mit dem Orakel. Und jetzt dieser Rückblick, wenn sich nicht im Termin noch was ändert. Ganz ehrlich, wir haben es ja gestern schon erwähnt gehabt, es war schon ein verdienter. In meinen Augen zumindest. Sieg mit angezogener Handbremse, trotzdem musst du hier und dort vielleicht zur Halbzeit schon 2-3-0 führen. Ja, wir hatten schon dicke, dicke Chancen, waren dann zu hektisch. Wenn Bucamata quasi alleine aufs Tor zu läuft, natürlich von hinten bedrängt wird. Lindström, der im Strafraum den Ball ja nicht voll trifft, irgendwie eher mit Knöchel anstatt mit Vollspann. Geht halt drüber. Wenn man da 2-3-0 gewinnt, dann geht es wahrscheinlich sogar wirklich 5-0 aus. Wer weiß, da kann sich vielleicht Bremen glücklich schätzen. Und dann gehst du halt wirklich nur mit dem 1-0 da in die Halbzeit rein und das ist scheiße. Mit dem 1-0 in die Halbzeit. Du weißt nie, wie Bremen aus der Kabine kommt. Im Endeffekt, ja, machen wir da das 2-0, wo aber auch das scheiße verteidigt war. Aber gehen wir mal Step by Step durch. Mir haben wir von Anfang an eigentlich gezeigt, dass wir können, in welche Richtung es gehen soll. Und das war schon eigentlich klar, dass es ein gutes Spiel sein wird. Aber trotzdem, ja, ich gebe darauf nicht viel, wie die ersten 5 Minuten sind, sage ich jetzt mal, weil ich haargenau weiß. Ein Nummer Standard oder so. Oder ein Nummer Konter, Fehlpass. Und die Fehlpässe kommen ja noch. Und du denkst so, jo, alles ist gelaufen. Weil wir haben es gegen Darmstadt gesehen. Hast das Spiel eine halbe Stunde dominiert. Machst einen Fehler, steht es 1-1. Auf einmal steht es 2 Minuten später 2-1. Und du denkst, du bist im falschen Film. Holy shit. Und warum sollte das dann nicht gegen Bremen passieren? Oder auch genauso. Denn es ist ja halt so, dass Bremen einen enormen Sturm hat. Der, wie gesagt, komplett ausgelöschen waren. Fakt ist, Bremen hat das erste Tor gemacht, aber ein falscher Netz. Das war, wie gesagt, an den zweiten Pfosten. Wie frei kann der da bitte stehen? Aber ich finde es geil, Jakic, ne? Und wie viele versuchen, den leicht reinzuspielen. Nein, Jakic macht es richtig. Hämmer den mit voller Wucht rein, Allah. Ja, ganz ehrlich. Dann passieren Eigentore. Oder jemand rennt rein von uns und dann geht er auch rein. Kein Plan. Und wenn das geklärt wird zur Ecke, ist das auch in Ordnung. Das ist noch ein Standard. Oder Kuttelmuttel oder whatever. Ich würde den immer mit voller Wucht da reinnehmen. Immer. Und natürlich, ja, sieht Friedrich sehr doof aus. Das passiert. Halt. Mah. Und ja, es geht ja dann intensiv zur Sache in der Mitte fällt. Bei dem einen oder anderen Mann dachte ich mir, äh, hätte vielleicht was geben können. War dann nicht so. Fakt ist aber auch. Die Chancen hatten wir weiter. Dann kam, wie gesagt, die Kamada-Aktion. Und das war, glaube ich, doch kein Abseits. Ich habe mal so mit der Hand gestoppt. War scheißeng. Wir wissen aber, dass der Kamerawinkel manchmal täuschen kann. Von Bremen, wie gesagt, bis dato nichts gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, Bremen ist überraschend schlecht. Mal gucken, wie die dann aus der Kabine kommen. Ansonsten war dann viel, viel, ähm, Leerlauf. Viel gepasse in den Abwehrreihen. Selten, wenn man so mal Vorwärtsbewegungen. Und wenn man den Ball verloren hat, auch so dumm teilweise, wollte man schnell nach vorne spielen, dann hat man den Ball wieder direkt verloren. Und dann wäre ich kirre. Halte den Ball. Bumm. Ich meine, klar, immer schnell spielen. Das ist nur manchmal passiert. Aber es war immer so in diesem Spiel. Balleroberung. Einen Schritt machen. Da vorne hämmern. So ungefähr. Also, da vorne hämmern. Da vorne passen. Der Ball ist weg. Ey, da bist du durchgedreht. Du bist wirklich durchgedreht. Aber, ja, das ist halt so. Max wirklich. Fett Respekt, wie er sich da so schnell reingefunden hat ins Team. Der ist so bombedingst. Und deshalb habe ich immer gesagt, wir brauchen so einen. Jetzt können wir über links kommen. Wir können über rechts kommen. Über die Mitte mit Kamata und links drüben. Zumindest, doch diese Woche. Diese Woche, diese Saison. Kamata ist ja höchstwahrscheinlich weg. Und es ist so bombastisch. Und wie gesagt, wie Max auch eine Flanke gemacht hat. Und dann mit seinem schwachen rechten Fuß auf Knauf. Der den nicht richtig drücken kann. Ja, war vielleicht mehr drin im ersten Moment, dachte ich. Aber dann war es, glaube ich, zu schnell. Konnte nicht mehr richtig drücken. Aber kann man wirklich mehr draus machen. Trotzdem. Ala. Respekt. Und wieder eine Halbstunde gespielt. Und ich war dann ein bisschen entspannt. Aber ich sah, okay, von Bremen kommt wirklich nichts. Ich hatte echt Schiss von diesem Spiel. Dass wir das irgendwie verlieren. Dass es dann fünf Punkte ist. Er lasst den Rest noch unten gewinnen. Das haben wir gewonnen. Dieser acht Punkte Vorsprung ist einfach mega. Ansonsten hat er stark noch die gelbe Karte bekommen. Es ist eine fünfte. Fehlt damit gegen Borum. Das ist ja so eine Randnotiz gewesen. Bremen. In der ersten Arbeit mit mehr Ballbesitz. Ja, bringt aber nichts, wenn du dann daraus wirklich keine Situationen oder keine Chancen kreieren kannst. Von daher. Ansonsten hat man eigentlich fast nichts gesehen. In der ersten Halbzeit, glaube man, dass es ein kleiner Heber war. Vielleicht, ob es ein Flankenversuch war. Ich konnte Trab ohne Probleme bekommen. Oder war irgend so eine Flanke, die immer länger wurde. Die wäre zwar eindeutig vorbeigegangen, meine ich. Aber zur Sicherheit fängt er hoch und hämmert ihn nochmal so nach hinten. Der ging nicht mehr ins Aus. Aber sonst hat man halt wirklich nichts gesehen. Kommen wir weiter. In diesem Punkt. Denn du weißt nie, wie eine Mannschaft zur Kabine kommt. Habe ich es oft genug gesagt. Sage ich immer wieder. Gerne heute auch nochmal dreimal in dem Video. Aber dann wieder ein frühes Tor und alter, wie scheiße war es verteidigt. Ey, wenn ich Bremen-Fan wäre und Grüße an Nico Real Nico auf YouTube Ey, wenn Real 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 Nico ist ausgerastet. Und da kann ich es verstehen, Allah. Ich meine, erstmal das Kolomuani so Kopfball-mäßig das macht in Ordnung. Aber danach Pavlenka hat man überragend gehalten. Der Ball rollt nach rechts dementsprechend. Ja. Und Knauf kann da hin marschieren. Flanken. Und alle gucken zu. Weißt du? Und Kolomuani war es einfach so mittiges Tor ist. Der Ball kommt. Muss einfach eben nur reindrücken. Fuß reinhalten. Da war im Umkreis von 2-3 Meter keiner. Keine Ahnung, ob die abgeschaltet haben oder zugeschaut haben. Nicht so schnell geschaltet haben. Ich weiß es nicht. Aber dass keiner mit Muani mitgeht. Muani, Mürni ist mir jetzt egal. Alle sagen es heißt Muani. Bei uns heißt unser Mann, unser Berichterstatter sagt immer Mürni. Und dementsprechend denke ich mir immer, okay, die Vereinsinternen werden es schon wissen. naja, auf jeden Fall 2-0 und da weißt du, ja, okay, jetzt wird es halt bockschwer für Bremen mit der aktuellen, mit der Leistung an diesem Tag im Endeffekt, ja, holt sich Max so eine dumme gelbe Karte ein, die aber klar verdient war. Taktisch ist faul, leicht gezogen, habe ich im ersten Moment nicht gesehen, war ja, ja, war ja eher im Weg sozusagen, ja, bisschen, passiert halt, muss aber nehmen, sonst gibt es vielleicht eine harte Konterschance, obwohl viele hinten waren, aber Hauptsache faul, besser als es nicht zu machen, dann Kassimus 1-2 und dann b, rollt man es, dann ganz früh der Wechsel von Kolo Möni, dass Borek reinkommt, ganz klar wurde Kolo gesperrt, wollte ich sagen, geschont, das ist doch klar, weil, ich meine, muss spielen, 2-0, Borek hat auch immer bewiesen, was er kann, wenn er eingewechselt wurde und dann kam Philipp, Philipp, Max Philipp kam, nicht Philipp, Max, er hat uns spiel, sondern Max Philipp, Max Emilian Philipp, selbst die Verwirrung ist verwirrt, ich find's lustig, Max Philipp und Philipp Max, aber leider Gottes gute, kurz darauf, 5 Minuten später, Philipp Max, ausgewechselt, also, unser Philipp, ey, ohne Scheiß, wenn die mal länger gegeneinander spielen, ey, der Kommentator, der dreht doch durch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, ich feier's, ich feier's einfach tierisch, allein die müssten mal durch das Trikot tauschen, und so ging die Zeit voran, wie gesagt, vier Pässe in den Mittelfeld, von Bremen kam keine Schlussoffensive, finde ich komplett in Ordnung, nehme ich mit, dementsprechend, ging die Zeit voran, voran, 77 Minuten hatten wir auch so noch mal eine dicke, dicke Chance, wieder, ja, Paflinka gut gehalten, Ball war aber sehr, sehr zentral, und im Endeffekt, ja, passierte quasi nichts mehr, klar, in der Nachspielzeit hat, ja, Bremen noch das Tor gemacht, war aber abseits, ganz klar, war gut, also, hätten wir anderthalb Minuten zittern gehabt, von daher bin ich voll zufrieden, mit diesem Spiel, und diesem Sieg, übrigens, ist Kolo Mouani, das nehme ich auch gerne als Abschluss, der erste, Eintrachtspieler, der in einer Saison zweistellig ist, was Vorlagen und Tore angeht, ich meine, er hat 10 Treffer, bestimmt 2-0, und 13 Vorlagen, das hat bisher noch kein Eintrachtspieler seit der detaillierten Statistiken, Erfassung, Datenerfassung gehabt, also wie das erste Spiel, der beides zweistellig hat, und der ist ja mit Abstand, glaube ich, mit 5 Punkten Abstand von Musiala Scorer, Respekt, aber Fülko gesagt hat, glaube ich, auch 17 Tore geführt, dem fehlt auch ein paar Punkte, paar Scorer, paar Vorlagen, ist er auch wieder oben mit dabei, aber ich bin echt gespannt, was unser Kolo Mouani wirklich reißen kann, und ob er vielleicht am Ende der Saison die meisten Scorer-Punkte hat, mal schauen, und wie erwähnt, Torschützskanone, darauf gucken die meisten immer, guck mal, ist ein Torschützenkönig geworden, ja, von mir aus, habe ich lieber 12 Tore und 25 Vorlagen, anstatt 20 Tore und eine Vorlage um ein Verein verkackt, er ist so wichtig, das beweist er, und Vorlagen sind halt manchmal wichtiger als die eigenen Tore, oder die eigenen Chancen, wenn man die nicht verwandelt, er denkt ans Team, deswegen ist er auch so stark, so wertvoll, leider kommt es ja auch für andere Vereine, und mal gucken, wann es der Fall ist. Ich sage, Arrivederci, bis dahin, und ciao, ciao. für . Vielen Dank.